Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100 Prozent bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Was die katholische Kirche mit am deutlichsten unterscheidet von anderen Kirchen, ist der Fakt, dass sie eindeutig Maria anbeten. Und das wird gerne abgestritten und gesagt, wir verehren Maria nur. Aber Maria auf diese Art und Weise zu verehren ist Anbetung. Denn vor einem Götzen niederzuknien, sich zu bekreuzigen, zu Maria zu beten, buchstäblich zu beten, ich war dabei in der katholischen Kirche, ich weiß, wie das abläuft, immer wieder diese Mantren zu wiederholen. Und sie bezeichnen es übrigens als Anbetung. Das ist, woran ich mich erinnere. Es wird als Anbetung bezeichnet. Aber es wird zu Maria gebetet. Katholiken beten zu Maria, buchstäblich. Es ist Götzendienst, es ist pure Blasphemie, pure Lästerung gegen Gott. Maria hat nicht angebetet zu werden. Sie war einfach nur ein Mensch, wie jeder andere. Niederzufallen, auf die Knie zu huldigen, das ist etwas, was uns Menschen nicht gebührt, was nur Gott gebührt. Denn wir sehen zum Beispiel in Apostelgeschichte 10, Vers 25, als nun Petrus gerade hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigt ihn. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf. Auch ich bin ein Mensch. Maria ist nicht einverstanden damit, dass ihr sie anbetet. Maria ist überhaupt nicht einverstanden damit. Maria ist ein Mensch wie jeder andere. Sie ist jetzt natürlich im Himmel. Sie war gerettet, logischerweise. Würde ihr das gefallen, wenn man sie anbetet? Überhaupt nicht. Das ist komplett unbiblisch. Aber Maria ist doch die Mutter Gottes. Sie war doch frei von Sünde. Nein, sie war nicht frei von Sünde. Denn wir lesen im Lukas-Evangelium, das ist eine Irrlehre der katholischen Kirche, kann man nachlesen im katholischen Katechismus, schwarz auf weiß, dass Maria angeblich von Anfang an sündlos war, errettet war und nie gesündigt hat. Sie war perfekt. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt in Lukas Kapitel 1, in Vers 47, das ist der Lobpreis Marias. Ich er sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Vers 47, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Maria hat Gott als ihren Retter angerufen. Warum wohl als Retter? Weil sie einen Retter brauchte. Jesus wäre nicht ihr Retter, wenn sie ohne Sünde gewesen wäre. Maria hat Gott als ihren Retter angerufen, weil sie einen Retter nötig hatte, genauso wie jeder andere Mensch, weil wir alle Sünder sind. Römer Kapitel 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Auch nicht einer, das heißt auch nicht Maria. Allein Gott ist gerecht, allein Jesus Christus hat nie gesündigt, als er hier als Mensch auf der Erde gewandelt ist. Wir sind Sünder. Maria war eine Sünderin, genauso wie jeder andere Person. Mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Jesus Christus, ihr Sohn, hat sie gerettet, weil Jesus Gott ist, weil Jesus Gottes Sohn ist. Er wurde eben von Gott gezeugt, nicht von Josef gezeugt, sondern von Gott gezeugt. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus hat seine Mutter gerettet. Jesus ist am Kreuz gestorben, auch für Maria. Aber laut der katholischen Kirche war ja Maria frei von Sünde. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Maria ruft Gott als ihren Retter an, eindeutig. Das ist einfach pure Blastemie zu sagen, dass Maria von Anfang an gerettet war. Sie musste nie den Namen des Herrn anrufen, sie musste nie an Jesus glauben. Nein, bloß nicht. Sie war von Anfang an gerettet, sie war komplett sündfrei, total unliebisch, einfach nur Irrlehre. Maria wird erhoben zu einer Gottheit, die sie überhaupt gar nicht ist. Maria wurde einfach nur erwählt von Gott. Sicherlich war sie eine gute Christin, eine gerechte Person, aber nicht frei von Sünde. Das ist aber nicht die einzige Irrlehre, die verbreitet wird über Maria, sondern die katholische Kirche lehrt auch, dass Maria ewig Jungfrau geblieben ist, dass sie ihr ganzes Leben lang Jungfrau war. Ja, Maria hat Jesus zur Welt gebracht als Jungfrau. Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Jesus ist Gottes Sohn, nicht Josefs Sohn. Aber die Bibel ist eindeutig, dass Jesus Brüder hatte. Maria ist also nicht Jungfrau geblieben. Maria hat Jesus zur Welt gebracht als Jungfrau. Aber die Bibel sagt, als Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Also bis Maria ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Jesus war der erstgeborene Sohn, das heißt, es gab auch mindestens einen Zweitgeborenen. Erstens das. Zweitens, er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Das heißt, danach hat Josef seine Frau Maria erkannt. Das heißt, sie hatten die physische Beziehung in der Ehe. Also ist Maria Jungfrau geblieben? Nein, definitiv nicht. Die Bibel zählt außerdem eindeutig die Brüder und Schwestern von Jesus auf. Jakobus und Josef und Simon und Judas und sind nicht seine Schwestern alle bei uns, sagt die Bibel. Maria ist nicht Jungfrau geblieben. Das ist totaler Quatsch. Sie hatte einen erstgeborenen Sohn und dann weitere Söhne, dann weitere Kinder. Nur ihr erstgeborener Sohn wurde eben vom Heiligen Geist gezeugt. Jesus Christus wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Jesus ist Gott. Da war sie tatsächlich Jungfrau. Josef war nur Jesus Stiefvater. Aber dann hat Josef seine Frau erkannt und sie war dann natürlich keine Jungfrau mehr. Also wieder, die katholische Kirche erhebt Maria zu einer Art Gottheit, zu einem Götzen. Sie beten Maria an, verehren sie auf eine Art und Weise, die komplett blasphemisch ist und verbreiten ganz einfach offensichtliche Lügen. Ich meine, das lässt sich alles so leicht widerlegen. Aber ich sage das eben deshalb, weil Christen in Deutschland denken, ja, Katholiken sind ja auch Christen. Aber sie sind keine Christen, sondern es ist eine heidnische Religion. Sie haben einfach heidnische Götter von den Römern übernommen und ihnen christlichen Namen gegeben. Einfach ein bisschen Christentum übergestülpt sozusagen. Im Alten Testament schon wurde die Himmelskönigin angebetet. Wer ist die Himmelskönigin heute? Sie heißt halt Maria. Sie beten die Himmelskönigin an. Sie beten letzten Endes Dämonen an. Denn die Bibel ist eindeutig, dass die Heiden das, was sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Das, was die Heiden ihren Götzen darbringen, auch an Gebeten, wie sie ihren Götzen dienen, das tun sie für Dämonen. Hinter den Götzen, die einfach nur aus Holz und Stein sind, verbergen sich Dämonen. Katholiken beten nicht zu Gott. Sie sind nicht gerettet. Sie glauben nicht an das richtige Evangelium. Sie beten nicht zu Gott, sondern sie beten zu Dämonen. Die Maria, die sie anbeten, ist nicht Maria. Du kannst nicht Maria anbeten, du kannst nur Gott anbeten. Aber wenn du jemand oder etwas außer Gott anbetest, dann betest du zu Dämonen. Das ist, was die Bibel eindeutig sagt. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Wir sollten nicht Ökumene machen mit der katholischen Kirche, weil wir dann in Gemeinschaft mit Dämonen sind. Keine Ökumene. Zum Schluss die schlimmste Irrlehre über Maria. Die katholische Kirche behauptet, dass Maria Miterlöserin sei. Dass sie Mittlerin sei. Dass sie für uns Fürbitte einlegt beim Vater. Und im Grunde genommen ersetzt die katholische Kirche Jesus durch Maria. Ja, sie glauben zwar auch an Jesus, aber es ist ein falscher Jesus. Es ist nicht der Jesus der Bibel. Überraschung. Man kann an Jesus glauben, aber es ist nicht unbedingt der Jesus der Bibel. Es ist nicht unbedingt wirklich der Sohn Gottes. Sie haben einen falschen Jesus, einen falschen Gott. Aber was behauptet jetzt die katholische Kirche? Die katholische Kirche behauptet, dass Maria Mittlerin sei. Sie sagen, dass es den Mediator gibt, den Mittler, Jesus Christus. Und dann gibt es die Mittlerin, die Mediatrix, Maria. Aber die Bibel sagt, dass es nur einen Mittler gibt. Die Bibel sagt in 1. Timotheus Kapitel 2 in Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Also wie viele Mittler gibt es laut der Bibel? Ein Mittler, der Mensch Christus Jesus. Es gibt nur einen Mittler, der Mensch Christus Jesus. Es gibt keine Mediatrix, keine Mittlerin, keine Fürsprecherin, keine Miterlöserin. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Und das ist, was die Bibel sagt. 1. Timotheus 2, Vers 5. Wir können nur durch Jesus Christus zum Vater kommen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nur durch mich. Nicht durch Maria. Nur durch Jesus kommst du zum Vater. Du kannst nur durch den Sohn Gottes, der selbst Gott ist, zu Gott, dem Vater gelangen. Indem Katholiken behaupten, bzw. die katholische Kirche, die diesen Mist erfunden hat, indem sie behaupten, dass Maria Miterlöserin sei, erhebt sie buchstäblich Maria auf die Stufe Gottes. Denn die Bibel ist eindeutig, dass man nur zu Jesus Christus, durch den Sohn Gottes, zum Vater gelangen kann. Wenn sie Maria zum Miterlöserin erheben, dann ist sie auf einer Stufe mit Jesus. Und dann ist sie auf einer Stufe mit Gott, weil Jesus Christus Gott ist. Pure Lästerung, Irrlehre, verderbliche Irrlehre. Die Bibel ist eindeutig, dass nur einen mit Leer gibt, den Mensch Christus Jesus. Gott ist unser Vater, männlich. Gott ist der Sohn Jesus Christus, männlich. Der Heilige Geist ist auch männlich. Gott hat keine feminine Seite. Es gibt niemanden, der auf der Stufe Gottes ist, der weiblich ist. Gibt es nicht. Aber wie kannst du so etwas sagen? Ja, lies die Bibel. Und lies nicht den bescheuerten katholischen Katechismus. Lass dich nicht verwirren von diesen Irrlehren. Es gibt keine Mittlerin, es gibt nur einen mit Leer, männlich, weil Gott männlich ist. Komm klar damit, dass Gott dein Vater ist und nicht deine Mutter. Dass Jesus Christus ein Mann ist. Es ist einfach nur pervers, einfach nur lästerlich und beleidigend zu behaupten, dass Maria Fürsprecherin sei, wenn die Bibel doch eindeutig sagt, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Maria, die Gerechte. Ist das, was die Bibel sagt? In 1. Johannes Kapitel 2? In 1. Johannes Kapitel 2 heißt es, Jesus Christus, den Gerechten. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Der Fürsprecher ist gleichzeitig das Sühnopfer für unsere Sünden. Maria ist nicht für dich gestorben. Maria legt keine Fürbitte für dich ein. Maria kann keine Fürbitte für dich einlegen. Maria ist nicht Gott. Du darfst nicht zu Maria beten. Wenn du zu Maria betest, in Anführungszeichen, dann erhört dich Maria überhaupt nicht. Wer dich aber erhört, ist irgendein Dämon. Du betest dann zu Dämonen. Halte dich fern davon von diesen katholischen Irrlehrern. Und ich weiß, dass dieses Video einigen nicht gefallen wird, aber es ist die Wahrheit, was ich sage aus der Bibel. Und du musst die Wahrheit annehmen. Du musst das annehmen, was die Bibel sagt, wenn du gerettet werden willst. Wenn du Katholik bist und zu Maria betest, dann musst du damit aufhören. Schau bitte den biblischen Weg zum Himmel. Verlinke ich in der Beschreibung wie immer. Wie du in den Himmel kommst, ist es allein durch den Glauben an Jesus Christus, allein aufs Gnade durch Glauben, ohne unsere Werke, ohne dass wir uns taufen lassen müssen, ohne dass es irgendwie von unseren guten Taten abhängt. Genauso wie Maria brauchen wir einen Retter. Genauso wie Maria müssen wir Gott, Jesus Christus als unseren Retter anrufen. Abschließend kann ich nur sagen, Katholiken sind keine Christen. Leider. Ich wünsche mir, dass sie Christen werden. Ich wünsche mir, dass sie ihre Irrlehren beiseite legen, erkennen, dass die katholische Kirche ein Kult ist, eine Sekte um den Papst, der glaubt, dass er unfehlbar sei. Laut dem katholischen Katechismus ist der Papst angeblich unfehlbar. Nicht laut der Bibel, weil der Papst ist der Typ, der diese Schwachsinnsirrlehren verbreitet, die komplett jetzt gegen die Bibel gehen. Der Katholizismus ist Heidentum, nicht Christentum. Sie beten falsche Götter an. Sie beten nicht den Jesus Christus der Bibel an, nicht den Vater der Bibel an. Sie beten zu Götzen. Sie beten zu Statuen. Und wer verbirgt sich hinter Statuen? Wer verbirgt sich hinter Götzen? Dämonen. Nicht Gott. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Du in deinem Haus, du musst an Jesus glauben. Maria kann dir nicht helfen.